Hi! Ihr werdet euch jetzt denken, was macht ihr hier mit dem Baum? Und zwar geht es heute um den Gewinner des 2000 Abonnenten Specials. Da hatte ich ja gesagt, wir gucken uns in zwei Wochen noch mal wieder und verlosen den Baum, die Heimbuche. Jetzt habe ich noch ein bisschen was Blühendes hier hingestellt, damit es nicht ganz so trist wirkt. Und das will ich heute mal mit euch zusammen machen. Wir wollen eben Gewinner auslosen und ja, ich würde sagen, wir machen das mal zusammen am Laptop. So, okay. Also wie gesagt, ich habe das mir überlegt, ob ich das mit Zetteln mache, aber ich habe gedacht, wir probieren es doch mal mit einer App. Und jetzt haben wir hier eine App, die nennt sich TubeBuddy und mit der wollen wir das jetzt machen. Wir klicken jetzt hier das Video ein. So, und jetzt müssen wir hier nur finden, wo es ist. So. Ich muss hier mal ein Stück runter gehen. Ihr seht, ich und Technik, das ist nie so einfach. Weil die Erfahrung ist noch nicht so da. Aber das wird schon. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die App geöffnet. Ich habe das Video angeklickt. Habe ich ausgewählt, das 2000 Abonnenten Video und jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir auf Pick a Winner. Gewinner. Und die App sucht mir automatisch einen Kommentar von den 39 raus. So, hier steht es. Das Video 2000 Abo. Dankeschön. Und jetzt klicken wir auf Pick a Winner. Trommelwirbel. Heini Niederäcker. Heini Niederäcker ist der Gewinner. Oder Gewinnerin? Gewinner. Auf jeden Fall tue ich in dem Video, in dem jetzigen Video, meine E-Mail-Adresse mit hinterlegen in der Videobeschreibung. Und unter der E-Mail-Adresse schreibst du mir mal bitte deine Adresse und dann schicke ich den Baum kommende Woche raus. Gut, okay. Dann möchte ich mich auf jeden Fall über alle Kommentare bedanken. Und im Anschluss des Videos tue ich dann auch alle Kommentare kommentieren. Das habe ich nämlich nie gemacht, damit nämlich die Videos nie durcheinander kommen. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.